hallo ihr lieben ja so sieht es aus wenn ein bienenvolk schwärmt und ich hatte hier im stall noch einen kasten und ich habe den eindruck der wird jetzt gerade bezogen neu und so und 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 Ja, für Bienen ist es eine riesige Party, schauen wir uns das ganze mal von draußen an. Oh, ich bin nicht rasiert, aber mein Bienchen scheint es egal zu sein. So, das Boot ist auch fast abfahrtbereit, Entschuldigung für den starken Wind, aber das ist hier absolut üblich. Ich werde jetzt auch den Ton ein bisschen wegdrehen. Ja, das ist ein paar. Gute 80-hundert Euro. Gute 80-hundert Euro.